Hallo, heute gibt es den Monatsrückblick für den Monat Mai. Ich habe insgesamt 13 Bücher hier vor mir liegen und ich fange direkt einfach mal an. Bevor ich anfange vielleicht noch, lasst euch bitte nicht davon irritieren, dass ich bei den meisten Büchern unheimlich viele Märkchen habe. Das ist bei mir immer erstmal so, bis ich das nochmal überarbeite, lasst euch davon nicht bitte, bitte nicht ablenken. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war von Stefan Thome, Gegenspiel. Ich wusste nicht, bis ich ungefähr bei der Hälfte vom Buch angelangt war, dass es ein Nachfolger zu seinem Buch Fliehkräfte, glaube ich, hieß es, ist, hat der Sache aber keinen Abbruch getan. Ich habe das einfach als eigenständiges Buch sozusagen gelesen und die Geschichte war absolut nachvollziehbar. Hier geht es um Maria. Wir begleiten ihr Leben in einer Zeitspanne von Erwachsenwerden, also Jugend, über Uni-Jahre, Heirat, Familiengründung, bis die Tochter flügge wird, das Haus verlässt und auch noch darüber hinaus. Die Besonderheit an diesem Buch, es wird sehr häufig in Rückblenden erzählt, wobei die nicht chronologisch sind. Also man springt zum Beispiel von der Gegenwart in die Jugend, in die Uni-Jahre, dann zur frischgebackenen Mutter, dann wieder zur Jugend und so weiter. Also die Sprünge sind sehr willkürlich, sage ich jetzt mal, aber es ist alles sehr nachvollziehbar. Es treten keine Irritationen auf, man kann der ganzen Geschichte problemlos folgen. Letzten Endes geht es um ihre Suche nach dem Platz im Leben, Wünsche, Ziele, Kompromisse, die man eingeht, Vereinbarkeit der Hoffnung oder der Träume mit der Realität, eben unter den Aspekten, was will ich für mich selbst, unter dem Aspekt der Rolle als Ehefrau, als Mutter, als Tochter und so weiter. Ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, wie ich finde. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war ein englisches, und zwar ist Everyone Hanging Out Without Me von Mindy Kaling. Mindy Kaling ist eine amerikanische Komödiantin, Schauspielerin, Autorin, Drehbuchautorin, für diejenigen, die es nicht wissen, denn ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir das Buch eigentlich nur gekauft, weil eine amerikanische Bloggerin ständig von diesem Buch gespernt hat und gesagt hat, es wäre eines der lustigsten Bücher, die sie je gelesen hat. Also habe ich gedacht, nimmst du mit, liest du mal. Ich denke allerdings, dass es vielleicht von Vorteil ist, wenn man mit Mindy Kaling etwas anfangen kann, wenn man weiß, wer sie ist. Es ist ein autobiografisches Buch, wobei jetzt Mindy Kaling nicht besonders alt ist, wie man hier auch auf dem Bild sieht. Und es ist auch keine klassische Autobiografie, sage ich mal. Und das lockert das Ganze auch nochmal auf. Zum Beispiel hat sie Listen, beispielsweise eine Liste über die ungeschriebenen Regeln in einer Freundschaft oder was ihrer Meinung nach ein Mann mitbringen muss, um als potenzieller Traummann zu zählen oder zu gelten. Ich hatte Probleme, weil sie oft Bezug nimmt auf andere Stars, oft auch im Bereich Comedy, mit denen ich ehrlich gesagt nichts anfangen konnte. Also ich denke, wenn man sich ein bisschen für dieses Gebiet interessiert, Comedy insbesondere oder eigentlich nur amerikanische Comedy, könnte das Buch etwas für denjenigen oder diejenige sein. Ansonsten ist es lustig. Ich habe es auch ohne Probleme und gerne durchgelesen. Aber ich denke, nicht unbedingt erste Wahl, wenn es darum geht, ein englisches Buch zu lesen. Das nächste Buch war von Jessica Durlacher, Schriftsteller. Dieses Buch geht sehr, sehr schnell durchzulesen. Es hat nur 113 oder 114 Seiten. Es liest sich wirklich sehr, sehr schnell. Es geht um die Schriftstellerin Tirza, die einen Bestseller geschrieben hat und nun mit den Schwierigkeiten leben muss, die so einen Bestsellererfolg mit sich bringt. Also Erfolgsdruck, Neid, Eifersucht und die Schreibblockade, die berühmte. Und in solch einer steckt sie gerade und entschließt sich kurzerhand, einen Kurs für kreatives Schreiben anzubieten. Daneben gibt es eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dieser Schriftstellerin und zwei Damen einer psychologischen Fachzeitschrift, die sie interviewen wollen. Dieses Interview kommt aber nicht zustande. Ständig wird es verschoben, es wird umgeplant und so weiter. Sehr viel mehr will ich über die Story auch gar nicht sagen, denn eine für mich große Schwäche dieses Buches war, dass das Ende sehr schnell vorhersehbar war. Ja, deswegen leider ein bisschen enttäuscht. Danach habe ich gelesen Erebus von Ursula Poznanski. Ich denke, die meisten haben schon irgendetwas darüber gesehen, gehört, gelesen. Deswegen halte ich das sehr kurz. Es geht um ein Videospiel namens Erebus, was in einer Schule unter der Hand immer weitergereicht wird, wo die Schüler oder die Spieler bestimmte Aufgaben zu lösen haben, die sich allerdings nicht nur auf das Spiel beschränken, sondern auch auf die Realität eingreifen, sage ich mal. Mehr will ich gar nicht sagen, außer, dass das Buch wirklich sehr, sehr packend war, sehr spannend. Ich habe es kaum aus der Hand legen können. Es hat mich wirklich gefesselt. Also wirklich sehr unterhaltsam. Danach kam dran von Philippe Claudel, Miss Jolin und die Gabe der Hoffnung. Dazu hatte ich schon eine Buchempfehlung gedreht. Die verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, falls sich das jemand noch anschauen möchte. Deswegen sage ich auch nicht sehr viel zum Inhalt, außer, dass es eine sehr berührende, kurze Geschichte ist über Menschlichkeit und Mitgefühl. Sehr, sehr bewegend, sehr berührend. Tolles Buch. Ach, dann kam eine Enttäuschung. Die leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit von Maggie Shipstead. Ich hatte mich wirklich sehr auf dieses Buch gefreut und wurde leider enttäuscht. Es geht um eine Familie, Mutter, Vater, zwei Töchter. Die ältere Tochter ist schwanger und steht wenige Tage vor der Hochzeit. Die jüngere Tochter leidet an Liebeskummer. Es sollte eigentlich, dachte ich zumindest, eine ironische und satirische Geschichte über die besser gestellte Mittelklasse oder Oberschicht der USA sein, die so ein bisschen die Oberflächlichkeiten auf die Schippe nimmt. Leider konnte ich das nicht so richtig in diesem Buch erkennen. Die Charaktere waren mir nicht sympathisch. War vielleicht auch gar nicht das Ziel. Ich weiß es nicht, aber ich kam wirklich mit den Charakteren nicht klar. Das Buch hatte unglaubliche Längen. Es war so detailliert und zum größten Teil so überflüssig detailliert dargestellt, dass sich das zog wie Kaugummi stellenweise. Deswegen leider für mich eine Enttäuschung. Der letzte Tag eines Verurteilten von Victor Hugo. Ich habe das diesen Monat noch mal gelesen. Ich hatte das vor längerer Zeit schon mal gelesen. Darüber kann ich gar nicht sehr viel sagen. Das muss man wirklich selber lesen. Und das lohnt sich. Ein wirklich sehr berührendes Buch. Es geht letzten Endes kurz und knapp in einem Satz gesagt um die Gedanken und Gefühle eines zu Tode Verurteilten. Ja, was soll ich mir dazu sagen? Man muss es wirklich lesen. Und das lohnt sich wirklich. Als nächstes habe ich gelesen Die gepflegten Neurosen von Mademoiselle Claire von Sophie Bassiniac. Hier geht es um Claire. Sie lebt in Paris. Sie ist eine sehr exzentrische junge Frau. Die auch oft Angst hat, sich ernsthafte Krankheiten einzufangen. Von Menschen hält sie generell nicht sehr viel. Und ist auch recht frei Schnauze, wenn sie dann mal mit Menschen zu tun hat. Und ist auch chronisch gelangweilt. Und ein schöner Zeitvertreib für sie ist es, ihre Nachbarn durch das Fenster zu beobachten. Eines Tages zieht ein Japaner in dem Gebäude ein. Und sie kommt ein bisschen aus dem Schneckenhaus raus. Sie freunden sich an. Und die Geschichte nimmt so ihren Lauf. Ich muss sagen, die erste Hälfte des Buches hat mir sehr gut gefallen. Dort wurden auch hauptsächlich die Charaktere beschrieben. Mit ihren ganzen Marotten. Auch Claire, auch die Nachbarn. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Allerdings hat das Buch nach der Hälfte nachgelassen. Also irgendwie sollte die Geschichte weitergehen. Es sollte Spannung aufkommen. Ist aber irgendwie nicht so richtig passiert. Ich konnte die Handlung teilweise nicht mehr nachvollziehen. Es war sehr, sehr schade. Weil der Anfang, fand ich, war sehr vielversprechend. Aber die Geschichte selbst, an der hat es gehapert. Leider. Danach habe ich gelesen, Der Distelfink von Donna Tart. Mit 1022 Seiten. Ein ganz schöner Schinken. Aber keine Seite zu viel. Kein Satz zu viel. Ich fand das Buch richtig klasse. Sprachlich finde ich Donna Tart wirklich grandios. Aber auch die Geschichte war sehr, sehr gut. Hier geht es um den 13-jährigen Theo, der eines Tages mit seiner Mutter im Museum ist. Im Museum passiert etwas und die Mutter kommt ums Leben. Theo selbst kann entwischen. Während er entwischt, klaut er allerdings das Gemälde der Distelfink. Ganz am Anfang gibt es auch eine Abbildung des Gemäldes. Die Situation, in der sich Theo dann befindet, also die Trauer um den Verlust seiner Mutter, die Orientierungslosigkeit, wird sehr, sehr schön erzählt, sehr eindringlich, sehr berührend. Und insbesondere auch da der Vater die Familie schon vor einiger Zeit verlassen hat und sich seitdem auch um Theo gar nicht mehr geschert hat. Das heißt, mit dem Tod seiner Mutter hat Theo seine ganze Familie auch verloren. Er steht also alleine da und dann stellen sich natürlich die Fragen, wie geht es mit ihm weiter? Wer nimmt sich ihm an? Wo soll er leben? Wo bleibt er? Dann begleiten wir Theo also beim Erwachsenwerden. Nah der Abgründe, sage ich mal, ohne näher darauf einzugehen. Dann ist da natürlich auch noch die Sache mit dem Gemälde, das er geklaut hat, das er ständig verstecken muss beziehungsweise sich auch Gedanken macht. Was soll er mit dem Gemälde machen? Kann er sich jemandem anvertrauen oder nicht? Auch das Ende war sehr, sehr schön. Es wird eine Art philosophisches Resümee gezogen mit Hilfe der Bedeutung des Distelfinken. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Von der Geschichte her sehr vielseitig, sprachlich einfach exzellent meiner Meinung nach. Eine absolute Empfehlung. Danach habe ich gelesen von Shelley King, Mr. Lawrence, mein Fahrrad und ich. Hier geht es um die arbeitslose Maggie, die zuvor in der IT-Branche gearbeitet hat. Und statt sich aktiv um einen neuen Job zu bemühen, hängt sie in einem Buchantiquariat rum und liest eine Liebesgeschichte und eine Schmonzette nach der anderen und verprasst ihre Abfindung. Von ihrem besten Freund Dizzy wird sie zu einem Lesezirkel eingeladen, wo sie das Buch Lady Chatterley durchnehmen. Sie nimmt sich die Ausgabe von diesem Antiquariat mit und entdeckt in diesem Buch Nachrichten zwischen zwei Personen. Dabei handelt es sich um Henry und Catherine, die sich in dem Buch immer kleine Notizen schreiben, obwohl sie sich offensichtlich gar nicht kennen. Das macht Maggie sehr, sehr neugierig. Sie will der Sache nachgehen. Man stellt sich natürlich die Frage, was ist aus den beiden geworden? Haben sie sich kennengelernt? Was ist mit denen passiert? Und so weiter. Dann ergibt es sich, dass Maggie anfängt, in dem Antiquariat zu arbeiten, um die Popularität zu steigern. Dafür nutzt sie auch diese Buchnotizen von Henry und Catherine. Sie sieht es allerdings als Übergangslösung. Sie möchte nämlich wieder zurück in die IT-Branche. Natürlich gibt es neben all diesen Sachen auch noch eine Liebesgeschichte von Maggie selbst. Gegen Ende gibt es viele überraschende Wendungen, die das Buch nochmal sehr, sehr interessant machen. Am Anfang fand ich das Buch ein bisschen so lala. Es konnte mich nicht ganz begeistern, aber gegen Ende wurde es immer besser. Es war auf jeden Fall eine schöne Unterhaltungsliteratur und hat Spaß gemacht, es zu lesen. Als nächstes habe ich ein ganz tolles Buch gelesen, und zwar Alles, was wir geben mussten von Katsuo Ishiguro. Ein ganz, ganz tolles Buch, über das ich gar nicht so viel sagen kann und will, denn ich will niemandem etwas vorwegnehmen. Je weniger man über dieses Buch weiß, umso besser ist es. Vielleicht nur so vieles spielt. In einem Internat in England, das sehr isoliert ist und sehr abgeschieden von der restlichen Welt, den Schülern, die Kollegiaten genannt werden, wird schon sehr früh vermittelt, dass sie etwas Besonderes sind und für eine besondere Aufgabe vorhergesehen sind. Um welche Aufgabe es sich handelt, man ahnt es, aber der Leser bleibt eigentlich noch relativ lange im Dunkeln. Man kann es erahnen, aber explizit erwähnt wird es, glaube ich, ungefähr in der Mitte des Buches. Und auch die Kollegiaten, selbst wenn sie dieses Wissen haben, ist es für sie nicht so richtig greifbar. Und hier höre ich auf, ich würde ja am liebsten mehr über dieses Buch sagen, gerade weil am Ende, ich habe einfach gedacht, dass da noch etwas passieren würde, auf irgendeine Art und Weise sich etwas tun würde, aber es kam nicht. Und auch das hat mich nachdenklich gemacht. Absolute Empfehlung. Ganz, ganz großartiges Buch, was auch nachdenklich macht. Also wirklich auch mit Tiefgang und eine wunderschöne Sprache und ich höre jetzt auf. Also ihr seht, es hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. Das vorletzte Buch ist von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Das ist geschrieben aus der Sicht des 16-jährigen Holden. Am Anfang war die Sprache für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn es ist sehr, sehr umgangssprachlich. Ist auch klar, es ist aus der Sicht eines 16-jährigen Jungen, aber gerade am Ende habe ich es noch besser nachvollziehen können, weshalb es wirklich so geschrieben wurde in der Art. Wie gesagt, geht es um den 16-jährigen Holden. Er ist Internatsschüler und fliegt von der Schule, weil er ein sehr miserabler Schüler ist. Es ist auch nicht die erste Schule, von der er fliegt. Im Internat passieren einige Sachen, sodass er dann kurzerhand abhaut nach New York, wo auch seine Eltern leben und auch seine Schwester, die in dem Buch auch eine wichtige Rolle spielt. Doch er traut sich nicht, nach Hause zu gehen, bevor die Eltern über den Rausschmiss aus dem Internat informiert sind. Deswegen quartiert er sich erst mal in einem billigen Hotel ein und lungert sozusagen auf den Straßen und im Nachtleben New Yorks rum. Es geht um das Erwachsenwerden. Als Jugendlicher der Zwiespalt oder ein bisschen die Zweifel an der Welt der Erwachsenen. Es geht um seine Gefühle, seine Gedanken und dass er vieles für verlogen hält, was die Erwachsenenwelt bereithält sozusagen. Ich fand das Buch sehr gut. Ich denke, dass insbesondere Heranwachsende und Jugendliche vielleicht dem Buch noch mehr entnehmen können. Aber an sich fand ich das Buch wirklich sehr gelungen und auch sehr, sehr gut. Das letzte Buch ist ein Graphic Novel ohne Worte. Dazu hatte ich auch schon ein Video gedreht und zwar von Sean Ten. The Arrival zu Deutsch Ein neues Land. Ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Wie gesagt, ohne Worte. Es besteht eigentlich nur aus wunderschönen Zeichnungen. Falls ihr mehr über dieses Buch erfahren wollt, verlinke ich euch den Link zu dem anderen Video auch unten in der Infobox. Und damit wären wir durch. Das waren alle Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich gerne, wenn ihr wollt, wissen, ob ihr auch einige dieser Bücher gelesen habt und wie ihr sie gefunden habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Video. Tschüss!